Nühle den Hang nach oben, man. Mach ich doch. Ja, jetzt. Ja, okay. Dann hätten wir hier eigentlich alles. Die Aufgaben lasse ich jetzt mal. Ich bin mir ehrlich gesagt, so blöd jetzt. Wir wollen das Spiel jetzt fertig zocken. Los. Ab zu meinem Skater und wir sollen uns bei Bam melden, der hier am Eingang ist. Und wir sind bereit, das Ding zu Ende zu bringen. Um unsere komplette Domination zu erzielen, werde ich diesen Hörschluss hochwerfen. An der Spin-Bombo, um sie zu aktivieren. Die ist auf dem Haus, also. So wie es aussieht, hat hier der Bam ein riesiges Feuerwerk. Ja, gemacht, organisiert, whatever. Das müssen wir jetzt hier mal rumgrimpen. Gut. Anscheinend müssen wir auch alle Aufgaben machen. Jo. Raketenbatterie. Nathan Spins, um zu aktivieren. Alles klar. Oh, war nur einer nötig. Oh, hier ist auch noch was. Kann man da auch was machen? Nö. So, was haben wir denn jetzt? Dieses dicke Ding hier. Grindet die Zins schon weit lang, um sie zu aktivieren. Jetzt müssen wir erst mal gucken, wo die Zinschnur überhaupt hinführt oder anfängt. Ah, hier. Ist ja nicht gerade lang. Okay. Aber dafür ein bisschen tricky. Nehmen wir mal am besten hier den Schwung mit runter. Nein. Ja. Sollst du da draufschwingen, Bam? Na. Okay, die sind Raketen. Heini können wir ja auch nicht nehmen. Ich habe eine andere Geschwindigkeitsmethode, sage ich jetzt mal, finde ich ja auch nicht. One. Man. Oder können wir vielleicht da oben an das... Äh. Oder? Wenn wir nur von da oben starten können. Ah, ich habe eine Idee. Ja, ja, Mann. Ich glaube, wir können nämlich nur von da oben starten. Nein! Alter, ey. Gleich nochmal machen. Okay. Yay. Wir haben das Ding hier aktiviert. Kistenbomben. Ich spreng auf alle Kistenbomben. Ah, okay. Okay. Dann haben wir nur noch eine Aufgabe. Riesige Bombe. Oha. Klettere die riesige Bombe ganz nach oben, um sie zu aktivieren. Die ist da oben. Mal gucken, ob wir von hier schon hochkommen. Mal gucken, ob wir von hier rauskommen. Mal gucken, ob wir von hier rauskommen. Oh, die Kleintiere mitnehmen. Ah, die sätzliche Katzviege. Und es hängt. Ah. Was? Okay. Ja, okay. Ja, super. Ich habe ja... Hey, Mann. Komm schon. Konzentration. Da sind Hände. Oh, ja. Okay. Also wir müssen hier eine ganze Combo. Ich würde sagen, ich mache einfach jemanden. Wow. Einfach mal einen Manny runter. Hier noch. Oh. Es ist wunderschön. So wunderschön. Meine Leben hat endlich ein Sinn. Wow. Nein! Das war so verdammt. Ich habe noch nie etwas wie das gesehen. Was ist das, Mann? Ich liebe das Geräusch. Ich liebe das Geräusch. Da ist der Typ da wieder. Wo ist mein Team? Okay? Komm schon, komm schon, komm schon. Ich habe es ein warmes Brudiger chemisch durchgeführt. Live. Wer ist denn hier passiert? You're a beaver banger. Beaver banger. We're looking for this. Oh man, was ein Typ. Alter, der Phil. Typisch Bäm, typisch Bäm. Geile Scheiße, Mann. Geile Scheiße, Mann. Geile Scheiße, Mann. Story Modus abgeschlossen. Du hast den Profi Skater Level freigespielt. Du hast auch geheimes Skater freigeschielt. Shrek, Filmajero, Alien, kleiner Nerd und Weltraumaffe. Okay. Wo ist das ganze Videomaterial, der World Destruction Tour hin? Guck mal nach. Was ist Shrek 2? Shrek ist ein einzelnes Wahrzeichen, bla 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 bla. Auf weiter bitte. Profi Skater. Okay. Was ist das für ein Level hier? Mit Aliens? Aha. Ja. Scheint hier so eine Art Bonus Level zu sein. Oh. Hallo? Gibt es denn überhaupt Aufgaben, wo wir hier... Nein. Ja. Okay. Da würde ich sagen, bänden wir das Level jetzt auch mal. Wir speichern mal nicht. Bänden einfach. Ja. Das war dann das Let's Play von Tonaxx Underground 2. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Würde mich über eine Bewertung, über einen Kommentar freuen. Und... Wir sehen uns dann bei den nächsten Projekten. Und... Ja. Viel Spaß noch auf meinem Kanal. Bis denne. Ciao.